Genau, das sind schon 10 bis 13 Jahre gewesen, wo alle gesagt haben, bist du dann verrückt? Du machst doch mal was Vernünftiges und geh doch mal arbeiten. Und mit der Musik, das wird doch sowieso nichts. Das war nichts. Deswegen haben wir auch die Kühe, die sind jetzt nicht besonders wirtschaftlich oder so, aber halt schön. Fischzeit, Plätzchenzeit, Eintopfzeit. Hier, schönes Grundblei dran, mischt gefangen. Oh, Mann, Oma. Wieso will Essig? Die Molle ist schon chaotisch, als Chef auch. Ich finde das nicht schlimm, wenn man nischt fängt. Sehr zielstrebig aber auch. Aber hier mit dem Polka-Scheiß drin, das will echt keiner. Das ist hier voll Klurotechno aus dem Osten, ne? Schönen guten Abend hier für euch auf 3000 Grad. Paris. Mailand. New York. Tokio. Zirto. Zirto. Roggentin. Man hat jetzt so das Bedürfnis, das muss noch weiter raus. Und sagt, wir wollen nach Paris oder wir wollen nach Amsterdam mit dem ganzen Ensemble und das in die Welt tragen. Und das ist das, was ich immer mir gewünscht habe, mit der Musik auch zu erreichen. Und dann ernsthaft Leute kennen halt, die zusammen leben, die zusammen arbeiten und geile Scheiße zusammen machen. Und du kannst dazu stoßen und bist mittendrin sofort willkommen. Musik, Musik. Sonst ist Feldberg leer, menschenleer und tot und richtig was los wie die Völkerwanderung. Ausnahmezustand. Das sagt man, wo soll ich denn von nehmen, wenn ihr mein Geld aufgegessen habt. Aber ist ein Sauhofen. Musik. Ja, die sind so, wie eingebildet sind die. Der Hahn, der kleine hier, der geht manchmal wie so ein General irgendwie. Mit dem darfst du ja auch nie anlegen, ne? Der macht den morgens narrisch. Musik. Musik. Musik.